Ist hier nicht mal ein Checkpoint oder so ne Scheiße? Ja dann geh ich doch schonmal durch Zum nächsten Checkpoint zumindest, damit ihr mich nicht töten könnt Ähm, ähm Oh Gut geschafft, hast du die Pleasure Plate geholt? Ja Oh nice Achso, dass wir quasi zum Zurückkommen Ähm, ich glaub ja Complete Challenge to get your Pleasure Plate Timed Challenge without... Get to the end of the tunnel before the lights on the right They'll open the gate for you if you fail Go back and retry Grab some more Bananas, können wir leider nicht Habt ihr schon gemacht, wa? Ja klar, aber kannst dir noch angucken Ja klar, aber kannst dir noch angucken Bist du nur durchrennen Quite simple, nicht wahr? Ja klar Ohja Grab your Pleasure Plate, use this lever to open the gate and go back sooo und dann würde ich sagen kommt hier die Prattlerplate hin kommt er nicht so durch? so durch! naja wir sind auf Heidi angewiesen, wenn Heidi uns jetzt trollen will dann macht er die Türen niemals auf ja seitdem ich krieg dafür ne Waffe ich glaub keine Peter hast ne Waffe ja meine ja so wie Bram auch eine hat ich würd gerne die Waffe von einem von euch beiden ansonst werden wir vermutlich diese Adventure niemals zu Ende spielen können aber dann komm ich da irgendwie so dran vorbei das möcht ich ja mal sehen das möcht ich ja mal sehen ich hab schon zwei Abkürzungen gefunden bis jetzt ja also noch nicht an der Stelle generell auf der Map wollte ich damit sagen ja aber hier ist natürlich ein bisschen Scheiße jetzt ne ja es kostet euch eine Waffe tut mir furchtbar leid, sonst bleibt die Pressureplate in meiner Hand ich könnte auch einfach meine eigenen nehmen ja wo hast du die her? hast du die irgendwo abgebaut oder was? ja wo soll ich die denn abgebaut haben? ja wo hast du die denn her? aus dem Inventar, aus der Truhe ja ich kann ja nicht die einzige Pressureplate und diese Dinge zu vollenden hab ich geholt ja die kannst du ruhig haben, weil ich hab sogar zwei davon ja wo hast du die denn her? aus der Truhe aus welcher Truhe? aus der am Ende des Ganges never ever, da war doch nur eine drin nein da waren, ich hab zwei Stück da rausgenommen das kann nicht ich war doch als erster da durch, du hast doch grad da gestanden so ö ö ö und dann hab ich die Platte da rausgeholt ja und dann bin ich an die Truhe gegangen wo soll ich die denn sonst her haben? ich bin ja nicht im Game-Mode gewesen oder? boah das stinkt, das stinkt sehr sehr nach Cheat aber von mir aus legst du halt dahin, dann ist Pech, dann behalte ich die ja ich will meine behalten, die brauchen wir bestimmt noch hier nimm das, oh jetzt ist es runtergefallen JA! ich hab ne Waffe aber wie komm ich jetzt wieder hier weg? hahaha scheiße wie komm ich jetzt wieder hier weg? ach da he du 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 duu ich hab keiner den überhaupt plus die attack damage, man besser als gar nix so 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 alles klar jetzt hinbekommen zu der Mushroom Island ja immer gerne doch legend 3000 oh Moment! Das können wir abbauen mehr davon jetzt geht es nicht mehr doch normalerweise machte die checkpoints doch anders oder dürfen wir es denn jetzt nacht machen ich glaube schon die gute sorge ja nacht machen dürfen wir ja die krass ich glaube da kann man karten wo kann man karten und man hier links doch ganz bis dahinten laufen ja das wollen wir ja nicht ach so jetzt habe ich verstanden wie man damit weiter geht kann man da nicht rein wo rein das so shame that santa claus to your button ah ok verstehen magical special button be careful und sie slums und sie slums genau klar der hat einen spawnpoint gesetzt der button ah fuck nee bram haut mich von hinten lol boah diese hungerscheiße geht mir so auf die eier jetzt gar nicht warum killt ihr euch eigentlich nicht einfach ich habe ja keine waffe ne ich meine mit slash kill das ist doch extra tag du hast doch deinen behinderten lüffel hast du noch scheiße als wenn er meinte dass das keinem auffallen würde ja echt mal ohne spaß wo die banal machen überhaupt nicht satt die drecksdinger da ist peter draufgegangen habe ich das gefühl hat man spawnt unten bei slash kill lol guckmann ich spawne oben bei slash kill ey was denn das für ne schweinerei ach leih ey was ist das denn ich komme nicht an die leitern dran what the fuck da hört man ich habe noch so ein ding ich habe noch ein lever in der hand den habe ich auch noch wie kommen denn die ganzen sachen her weiß ich nicht ich habe noch ganz viele leitern ich könnte mich ja einfach überall hochbauen aber ich glaube nicht dass das so gewollt ist wenn man für die türen zum beispiel wahrscheinlich hast du die ganzen sachen bekommen jetzt weiß ich wo du die sachen her ist als da ich komme nicht als der kram explodiert ist bei dem checkpoint der angebliche checkpoint ja wahrscheinlich ja stimmt aber dann ist ja trotzdem kein cheat gewesen dass ich die sachen alle bekommen habe das ist ja schon irgendwie das gibt es doch gar nicht wie lange wollen wir machen lassen ja ich bin auch gerade am überlegen irgendwie funktioniert das nicht richtig du musst hier einfach an die leiter springen an welche leiter denn hier links an die leiter das kann ich habe dich verarscht ja das wird nicht funktionieren auch gott ja so kann man es natürlich auch machen mein gott ey boah peter du hast ja echt ein talent zum scheiße sein ey und dann muss man nicht über ein sprintschirm machen jump in oh jetzt machen wir einen auf santa claus oh ja das ist ja immer alles daraus necken muss er weißt du die hilfe davon kannst du scheinbar gebrauchen ein und bata two buttons keep them because you need them if you want to escape the house ich habe beide You are allowed to place buttons on iron blocks Oh, was steht hier noch? Now you are Santa Claus, you are maybe not a stick And not as old, but still Sharpness 7, Knockback Enhantion, Projectile Protection, Looting 5, Thorns 3 Lol, what the fuck, die sehen aber stylisch aus Alter, die sehen aus wie So komische Schubladen Hint? Versteh ich nicht Was soll das heißen? Hint? Ja, Hinweis Iron Block Ja, genau Iron Block, Iron Block, Iron Block Lol, what the fuck Oh, Lol Wie auch immer jetzt das Ding aufgenommen hat, ich hoffe das funktioniert Ja, was für ein Ding denn? Ich hab nur einen Button Den Button Hint Nummer 2 Wieso hat ein Schuh bitte Sharpness, willst du mich verarschen? Tut das weh? Ja Tut das weh? Joa, ein bisschen Ich brauche Wasser 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 Irgendeiner von euch hat den Knopf Ja, ich hab den Knopf Den krieg ich für einen Teil, der in der Truhe drin war Da waren zwei Knöpfe drin Ah ok, das ist ja uninteressant Wo muss denn der hin? Alter Hardy Willst du mich jetzt verarschen? Ach Ach, mach mal Was? Wie wär's wenn du da mal drauf drückst, Queter? Wie wär's wenn du da mal drauf drückst, Hardy? Boah, jetzt hat sich Bram schon wieder so eine Scheiß-Truhe leer gemacht! Ja, weil du so dumm hier rumstehst Ja, weil du bist dumm hier und stehst hier rum Hold down, Shift-Key, ok Ich geh schon mal runter, während ihr euch da wie kleine Kinderchen kloppt! So, hier ist der Lever, go down and put it on the Butter-Block Ok Ja, gemacht Ah Leu 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 Ok Ob der zu gewollt ist? Vielleicht will der uns trollen Hm What the fuck, der hat uns hier Ich Leu Irgendwie nicht so funktionieren soll, wie er sich das vorgestellt hat Ja, das Gefühl habe ich irgendwie Das soll nicht so funktionieren, wie er sich das vorgestellt hat Ja, das funktioniert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat Ja, ich glaube auch, dass er den da oben Meine Frage, wenn man das obere Teil wegnimmt Entschuldigung Und jetzt machen wir das Gate hoch Jetzt will man quasi nicht da durchkommen, oder? Nee Wenn du das jetzt runter machst Dann geht halt, ne? Ja Ja, würde ich auch sagen Null Alter Das ist aber assi Vor allem geil, wenn du auf den stehst und nach unten guckst Du siehst ja gar nicht, der Snackchub ist invisible von Wrist's Side Willst du mich verarschen? Was soll'n der sein? Ich seh' nur blinkende Köppe Tja, Peter, wenn ich jetzt mal wüsste, wo der ist Ja, ich hab'n gesehen Ja, Bram hat'n auch gesehen Dammit Checkpoint Checkpoint Wieso hast du den jetzt kaputt gemacht? Ich hab'n echt kaputt gemacht, der Checkpoint war soo Ich hab'n einfach mein Ähm Mein Lieber drangemacht Ja, aber wie benutzt man den denn jetzt? Weiß ich nicht Useless Checkpoint Aber geil, Alter Ja, aber geil Teams The next Biom is Jungle Wuhu Na, guck mal, was da oben ist Oh, ja Na, guck mal, wie die da runterfallen, die Bobbys Ich glaub'n, mich hat das gewollt, dass die hier mitspielen Aua, Aua, Aua Ich glaub' schon Alter Ich glaub' schon Wir kriegen aber auch keinen Damage von jetzt Aua, Aua, Aua Nein Lol Ich bin runtergefallen Alter Jetzt ohne Spaß, da fliege ich jetzt aber Da hab' ich jetzt keinen Bock drauf Ich hab'n Warte, du musst doch nur Slash Kill machen Da bist du am Checkpoint Nee, der hat den Checkpoint schon wieder nicht gesetzt Obwohl ich da 3x diesen scheiß Schalter betätigt Das kann doch nicht wahr sein hier Was ist denn da los? So Zzzzz Wir, ob soll ich den denn noch Huuu Oh, danke, Peter Was hab ich denn gemacht? Weiß ich nicht, aber der Checkpoint hat mich, also der Creep hat mich nach oben kaputtiert. Alter. Alter Schwede. Wieso krieg ich denn jetzt auf einmal Damage von denen? Gerade hab ich kein Damage gekriegt, ist ja voll abgefahren. Oh oh. Nein! Nein! Oh, ich hab noch die komplette Truhe leer gemacht. Alter, leck mich.